Ah, dankeschön. Das ist richtig geil. Ja, jetzt ist es warm. Ja, ja. Das ist gut. Wir haben auch so gesehen mit einer Rennerstadt, oder? Schön, schneit. Ja, Party, Party, Party. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Stoppa! 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 Keine Wollt, Hexer! Keine Wollt, Hexer! Keine Wollt, Hexer! 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 Hallo, wir freuen euch! Wir wollen hier, wir wollen die erste Ballwing. Wir wollen hier mit der ersten Ballen. Esse! 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 Papa, ich bin der Ballen. Wir wollen hier bei der ersten Ballen auf. Ach, wir wollen hier bei der ersten Ballen. Ich kann die ersten Ballen hier im Ofen. Ja! Und was? Und was? Okay. Bitte. Jetzt hat die Schrecklinge. Ticke zacke, ticke zacke. Hoi, hoi, hoi. Und alle, ich sag Lucky. Ihr sagt Luke. Lucky. 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 Ticke zacke, ticke zacke. Hoi, hoi, hoi. Alte. Hure. Alte. Hure. Hure. Ja, wir begrüßen die Schrecklinge. Ganz herzlich mit unserem Schlachtbruch. Lucky. 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 Dankeschön Schrecklingen. Bis zum nächsten Jahr. Ich beruhre deine Lippen. Nr. 3 Im Gerecken will ich nicht nur tanzen. Hey, 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 hey Und die Lauterwelle, wenn ich schlafe in dieser Riebe. Und noch das ganze Treibhaus. Ich! A! I! A! Ja, du schaffst was. Ich bloß wille. Also, gut. Ja! Auf die Beine! Ich! A! I! A! Und das schwerverletzt. Ich nehme alles zurück. Jetzt habe ich mal ein schönes Schaffenseer. Den hat er einschlägt, oder? Das muss man genießen. Und das nächste Set. Zollbruch Hexen. Und auch die begrüßen wir uns. Zollbruch Hexen. 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 Ich glaube der Chef hat gesagt, dass man was macht. Und. So wie ich weiß, mit dem Schaffen. Grundsatzdiskussionen machen wir es mal an der Seite, oder? Ja, ich bin alles gleich. Oh! Wo sind da ein paar Schlafen? Die gucken dann nach dem Händler. Das muss aussehen. Wo hat's da Leute? Da guckt Leute! Alter! Guck! Super! Zollbruch Hexen. Zollbruch Hexen. Zollbruch Hexen. Zollbruch Hexen. えっ los! Wie grüßen wir jetzt die nächste? Das war gut! Also eine Frau, eine Hexe der Friede zu verschocken, das will ich schon mal gesagt haben. David G! Bleiben wir von Leib! Bleiben wir von Leib! Bleiben wir von Leib! Aber schön war's, du warst gerade schön sprachlos! Ich bin verschrocken! Bleiben wir von Leib! 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 Mein Herz, ein gutes Gehirn, der Herz! Guck! Ich komme auf jeden Fall, wenn es zu unserer Waage hergeht, um die Musik zu gehen. Aber ich glaube, ich spiele gleich noch los. Auf jeden Fall. Dann bleibst du dir nämlich warm. Hey, ihr Teufelzweigl! Lauf doch mal zu! Feindorf! Oder geh nicht hinten um! So, wir kommen nach Albach zu der Schlössler-Pfeife. Und die begrüßen wir mit Schlössler-Pfeife! 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 Und wir kommen zu den Hillertal-Dämonen an. Die begrüßen wir mit Jan Verrekt! Ja, Verrekt! Sie macht sich weg! Ja, Verrekt! Sie mögt sich weg! Ja, verreckt! Die Münze ist weg! Vielen Dank, dass ihr kommt, wenn ihr ihn! So, und dahinter sieht sie schon unsere Freunde aus Oberstadion Wenkelfratzen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid! Ich möchte sie begrüßen mit Wenkel! 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 Und los geht's! Wenkel! 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 Vielen Dank fürs Kassieren heute bei uns! Ich hoffe, das können wir noch ein paar Jahr so weitermachen! Wenkel! 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 So, jetzt kommen wir nach Mittelbiberack und die begrüßen wir mit Da kommt Rezis! Rezauralis! Da kommt Rezis! Rezauralis! Da kommt Rezis! Da kommt Rezis! Rezauralis! 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 Rezauralis!